Herzlich willkommen zu unserem Autobatterietest, eurem Ratgeber für Autobatterien. Bei einer Autobatterie handelt es sich um einen Akku, der in Form der Batterie in einem Kraftfahrzeug verwendet wird. Hierbei werden mehrere Energiezellen zusammengeschaltet und stellen die Stromversorgung des Autos sicher. Eine Autobatterie kann zwischen 26 und 120 Amperestunden Energie speichern. Der Speicher wird mit dem Buchstabenkürzeln AH gekennzeichnet. So benötigt ein Motorroller eine kleinere Batterie, wo die Leistung entsprechend geringer ist und ein LKW dagegen benötigt mehr Amperestunden, sodass hier auch der Amperestundenwert höher gekennzeichnet ist. Die von uns getesteten und für gut befundenen Autobatterien findet ihr hier aufgelistet, die Autobatterien im Test mit verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Untertitelung des ZDF, 2020